Oder so müsste ich sagen. Und dann rüber. Das heißt, diese Metallklammer ist auch ein bisschen dämmbar, dass man ein bisschen so, sagen wir so, ein bisschen ziehen. Sie ist nicht stark dehnbar, weil sie immer einen gleichbleibenden Verschluss garantieren muss. Und dann rüberziehen. Also hier fixieren, genau, und dann rüber. Und dann rüberziehen.